Herzlich Willkommen zu Drop Film Talk, Bad Times at the El Royale, aber gute Zeiten fürs Kino, würde ich behaupten wollen. Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ha? Also ein unfassbar guter Film, also richtig krasses Kino. Ja, hier sind wir uns mal wieder einig, dass der Film doch, ich sag mal, spannend war, mysteriös, witzig und unglaublich schön anzusehen. Ja, es ist wirklich irre, es sind wenig Filme, wo ich im Kino gesessen habe und kaum atmen konnte, weil ich so permanent angespannt gewesen bin. Das letzte Mal ist mir das passiert bei Mad Max, wo ich echt dachte so, oh Gott, wie lange noch, wie lange noch ich jetzt komm noch raus, auf was ist das gut? Und ähnlich ging es mir hier auch. Ja, dieser Film ist auf so vielen guten Ebenen gut. Das erste, was wir sehen, ist ein Hotelzimmer, in dem sich ein Typ zu schaffen macht, Gehlen aufbricht, etwas reintut, die ihn wieder zumacht, wartet, erschossen wird. Und es ist so krass gute erst fünf Minuten, sowohl vom Spannungsgehalt her, als auch vom Musikeinsatz, als auch vom Aussehen. Ja, vor allem das cinematografische, also die Perspektive, die da eingenommen wurde, die theatermäßig ist, gibt dem Ganzen einen sehr coolen Vibe. Der, der, der auch durchgezogen wird, durch den ganzen Film. Man hat viele Close-Ups gehabt, man hat... Für Kameras, die zum Beispiel den Raum nach und nach erkunden und der richtige Preis geben, das ist auch super spannend gemacht. Und ich finde, das ist richtig cool. Der Regisseur probiert gefühlt ihn alles aus. Er legt sich auch nicht fest auf ein Stilmittel, sondern er guckt wirklich, worauf habe ich in dieser Szene Lust und zieht halt durch. Was ich stark finde, was ich richtig stark finde. Ja, Drew Goddard hat ja nach Kevin in the Woods, der auch ein unglaublicher Film ist, Lost gemacht. Da hat er Buffy vorher gemacht. Dann hat er Daredevil gemacht. So viele Sachen. Und jetzt, wie gesagt, seinen zweiten großen Film, den er machen durfte, hat er so out of the park gehittet, wie man so schön sagt. Das ist also richtig krass, wenn man mal Kino sehen wollt, sozusagen jenseits von Mainstream-Bullshit. Mitte. Geht da rein. Auch wenn ihr wirklich einen harten Magen mitbringen müsst, weil es ist schon, es ist halt nicht nur Crying, also Mystery, sondern es ist auch irgendwie Splatter. Nicht Splatter? Nicht übertreiben, nicht übertreiben. Es Splatter zumindest. In das Horror-Genre würde ich diesen Film nicht mal ansonsten stecken. Aber es ist schon ein blutiger Film. Für Zeit zartbetuchte. Ist eher Raw als Medium. Aber ich bin ganz gut durch. Jedenfalls, ein toller Cast tut dem... Mehr der besten gefallen im Cast. Dem ganzen. Ich muss sagen, Miss Sweet, also die afroamerikanische Sängerin, die war unglaublich gut. Und Bellboy Miles. Bellboy Miles. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem halt ihre Hintergrundstory, die spoilermäßig, jetzt hier Spoiler alert, PTSD beinhaltet, bei Miles, der im Vietnam-Krieg war, glaube ich war das, oder Korea-Krieg? Nee, im Vietnam-Krieg war es, glaube ich. Nee, Vietnam ist es. Und da so viel erlebt hat und das sich so überträgt auf sein Leben und man das erst am Anfang gar nicht weiß und es erst wirklich am Ende mitbekommt, was da passiert. Ich finde, bei dem ist ganz stark, da müsst ihr mal drauf achten, seine Mimik. Ich finde, der spielt so subtil im Gesicht und das, finde ich, macht einen guten Schauspieler aus, wenn da so viel im Gesicht passiert, aber ohne, dass so ein Johnny-Depp-mäßiges Gequietsche passiert, sondern einfach so eine subtil-leise Stimmung zu erinnern. Ja, ich finde es auch echt super. Und wie gesagt, Miss Sweet hier, Marlene Sweet, glaube ich, hieß sie, spielt auch ein Glück. Und ihre Geschichte auch, wie sie versucht, eine großartige Sängerin zu werden, einen Vertrag zu bekommen und womit sie sich rumschlagen muss mit vor allem den Männern, die in diesem Film versuchen, ihre Macht zu zeigen gegenüber Frauen ist einfach sehr gut umgesetzt. Ich greife das mal gleich auf. Das ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich, wie mit Männern und Frauen in dem Film umgegangen wird. Und zwar ist es so, dass es eigentlich, finde ich, ein Film ist, der Gewalt gegen Frauen zeigt. Und zwar auf eine sehr schonungslose Art und Weise. Aber die Frauen sind keine Opfer. Und das finde ich richtig, richtig stark. Es ist sowohl irgendwie ein Schwester-Paar, das sich irgendwie selber befreit aus ihrer Misere, aber auch, also Danine Sweet, die eben haben. Und es gibt diese eine Szene, wo sie mit Chris Hemsworth sehr gefühlt diesen, also sein Kostüm von einem offenen Hemd selber schneidet. Seine Erbs lenken auf jeden Fall ganz schön ab. Und er will halt umbullshitten. Ich bin ein Mann und ich habe das deswegen gemacht. Ich habe doch eigentlich gut Intentions. Und sie sagt Bullshit. Ich habe das alles schon hundertmal gehört. Männer, die mir sagen, ich habe es doch nur gut gemeint, deswegen musste ich. Und das habe ich schon tausendmal gehört. Keep it. Und das fand ich richtig stark. Und er ist auch sprachlos völlig zu Recht. Und das fand ich wirklich geil. Ja, super, super genial gemacht. Und deswegen auch definitiv ein Rewatch worthy. Und daher gibt es von mir neun von zehn Punkten auch. Ich bin auch ziemlich begeistert. Ich bin auch zum Beispiel total begeistert mit Jeff Bridges, der mich extrem gerührt hat. Ja, aber solide wie immer. Sehr guter Schauspieler. Und deswegen gibt es von mir acht von zehn Punkten. Ich kann halt nicht so gut Gewalt. Ja, so ist das. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht so schlimm, wie Julia es darstellt. Also geht rein, guckt euch den an. Die emotionale Gewalt ist eher schlimm in diesem Film. Tu das. Macht's gut.